Liebe Grill, Pool und Partyfreunde, ein herzliches Grüß Gott hier in Dammertal bei der Firma Moser-Spielgeräte. Ja, jetzt hat es uns auch erwischt. Wir sind nominiert worden. Dafür ein herzliches Dankeschön an den Team Einig Katzberg Bergbahnen und an Griesle Resort in St. Margrethe. Eigentlich hätte ich nächstes Wochenende eine Saisonabschlussfeier, wo ihr uns eingeladen habt, dass wir die Zeche zahlen. Aus dem Wert leider nichts, liebe Freunde, denn wir machen bei der Challenge mit und machen die Party selber. Bevor wir jetzt mit der Challenge starten, möchte ich noch kurz ein paar Worte über unsere Firma sagen. Unsere Firma liegt inmitten in der Biosphärenparkregion Lungau, direkt in Dammertal. Wir produzieren Holzspielgeräte und Gartenmöbel für den Außenbereich. Unsere kleine Manufaktur mit 32 Mitarbeitern, die, die gut ausgebildet und geschult sind, produzieren diese Geräte nach Kundenwunsch. Und es gelingt uns fast immer, den Kundenwünschen gerecht zu werden. Und was gehört dazu zu einem guten Projekt? Ganz genau, eine flote, sorgfältige Planung. Die machen wir jetzt auch. So Männer, jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir nominiert worden zu der Grill-Bull-Challenge. Wie ihr wisst, wir machen qualitativ hochwertige Spielgeräte und ich will, wenn wir es machen, dass wir die Challenge genauso hochwertig machen. Also, was braucht man zur Challenge? Zuerst einmal einen Pool und einen Keller. Noch einen? Also wenn man schon bohlen, dann habe ich einen grünen Rosen rundherum. Grüner Rosen rundherum. Und das Wasser, das muss blau sein. Blau. Blau ist Wasser. Blaues Wasser? Blau. Blau ist Wasser. Ja, wir als Spielgerätehersteller brauchen auf alle Fälle ein Rutschen in den Pool rein. Rutschen? Passt. Rutsche. Wir brauchen unbedingt zwei Rutschen. Zwei gescheite Rutschen. Stimmt, machen wir zwei gescheite. Zweimal. Liegepoteste. Wir brauchen unbedingt Liegepoteste. Du, nach dem Essen, da sind wir alle müde. Da wollen wir irgendwo hinschillen. Handy, hast natürlich komplett recht. Zweimal Liegepoteste. Einen Turm, wo die Rutschen runter geht. Brauchen wir natürlich auch. Einen Scheinturm. Größten Turm. Sonst fällt nicht noch was ein. Ach, glaube ich. Gitti! Gitti! Ja! Du, weißt du was, was wir noch hinnehmen können bei unserer Challenge? Ja. Einen Brücken! Und weil's eh schon wurscht ist, machen wir für meinen Hund den Gustl noch einen Hütten. Und einen Griller. Wer macht überhaupt einen Griller? Ah, weißt du was, was ich will machen? Mach die Uhr für den Baldjahr. Servus, Meister. Servus, Baldjahr, wie der will. Du, äh, wenn's ein Ding gegangen ist, wenn's einen Griller, weißt du, willst du unbedingt sofort ran kommen? Ja, ja, was heißt zufurt? Ja, wir haben da so eine Pool-Challenge und da müssen sie helfen. Ja, das geht jetzt momentan nicht, weil Günther noch mit dem Dumper facht. Nein, unbedingt. Gleich reinpacken. Passt. Und nehmen Sie denn keinen Spezialgriller mit? Ja, ja, den Spezialgriller nehmen wir mit. Dann müsst ihr zufurt kommen. Wir müssen heute nach Hause fahren. Der Gritzi hat gerade angerufen. Wir haben eine Pool-Challenge, eine Grill-Challenge. Was? Rücken wir zusammen, fahren wir nach Hause und nehmen unsere Spezialgriller mit. Das war nicht. Dienerschein. Dienerschein. attorney-Jahre. V session, fern, 50-30? Tag. Ja, genau. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020